Der heimische Traditionsbetrieb Edler Reifen verlegt seine Reifenproduktion von Kapfenberg nach Bruck. In der Tragösserstraße entsteht derzeit eine topmoderne und fast 5000 Quadratmeter große Produktionshalle für rund 4 Millionen Euro. Da wird eine ganz moderne Runde aufgebaut. Wir übernehmen den Großteil unserer Maschinen von Kapfenberg, ergänzende, optimieren an gewissen Standorten und können jetzt Prozess optimieren bzw. auch die Logistik optimieren. Das ist vor allem in den Zeiten des immer stärker werdenden Marktwettbewerbs wichtig, dass er einfach rationell produzieren kann. Ein weiteres Augenmerk wird beim Neubau auf die Energierückgewinnung gelegt. Somit kann künftig die Abwärme für die Produktion genutzt werden. Durch diese Betriebserweiterung werden nicht nur 25 neue Arbeitsplätze geschaffen, sondern auch der Standort der Firma Edler Reifen in der Kornmesserstadt langfristig abgesichert. Die Stadt Bruck an der Mur unterstützt diese Neuansiedlung mit einer Wirtschaftsförderung in der Höhe von 175.000 Euro. Die Barsubvention macht einen ganz kleinen Teil aus. Der größere Teil sind die entsprechende Unterstützung bei den sogenannten Aufschließungskosten für Wasser, Kanal und so weiter, Bauabgabe. Am 22. September fiel bereits der Startschuss für den Neubau. Im März 2017 soll dann mit der Produktion begonnen werden.